. Cool ist sicher, dass wir mal den schnellsten, stärksten und schwersten. Die Atmosphäre, die Leute, einfach alles was damit zu tun hat. Am Abend haben wir noch ein bisschen Zeit, dann trinken wir noch eins und dann können wir ein bisschen durch die leeren Stände laufen. Ich weiss nicht, als Töpffahrer muss nicht unbedingt trocken sein. Es gibt natürlich sowohl Junge, die sich interessieren für das Thema Töpf, was ja eh interessant ist, weil wir ab 2021, ja ab 16, können wir ja 125 Kubikmeter fahren. Und dann gibt es natürlich Ältere, die natürlich schon lange Töpf fahren, das ist klar. Es gibt auch Familienväter, die kommen, wenn man ein Kind hat, macht man dann eine Pause. Es ist immer viel los und es ist interessant, es gibt tolle Neuigkeiten. Doch, es ist eine tolle Messe. Das Highlight ist ganz sicher, es sind natürlich die Neuheiten von unseren Kunden, die hier ihre Produkte zeigen, ganz klar. Für mich persönlich sind natürlich das Streetbike Freestyle Show ist sehr cool. Ja, jetzt haben wir schon natürlich Ideen, aber die sagen wir jetzt noch nicht. Wie soll ich sagen, es braucht einfach so eine Kreativpause. Vom Banker bis zum einfachen Bützer. Es ist einfach gleich, man sagt ja quasi unter dem Helm ist jeder gleich, also es ist wie eine grosse Familie und das ist cool, ja. Oh, won't you please take me home, yeah, yeah.